Woh! Warum bin ich jetzt hier? Ich versteh's doch nicht! Ups! Keine Äpfel für mich? Hm. Schade. Ah! Da lag einer. Hier ist so viel hier Strüpp! Ups! Ich bin schon wieder runtergefallen. Stimmt, das stand ignoriert, äh... Dings, ne? Ja. Ja. Jetzt papiere ich auch, worum das Schaden macht, wenn ich vor dem bin. Natürlich. Tag 3. Ich bin so verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt noch hier irgendwie was bringt, ob ich jetzt hier alles kaputt mache oder nicht. Ich hoffe einfach nur mal, dass, ähm... Dass hier alles schön weiter aufnimmt. Ähm, weil ich, glaub ich, nur noch 400... ...Gigabyte frei hatte. Nur noch, in Abbauszeichen. ...Tot? Ja, schön. Mäh, mäh, mäh... Ich kann das nicht lesen. ...Gut. Gehen wir mal weiter hier. Sieht ja, wie scheiße synchronisiert ich hab. ...Bartz! Das war schön! Muss ich mich grad mal ein bisschen selber loben. ...Bartz! ...Bartz! Oh, falsche Richtung. Was? Abgeschlossen. Oh, Hammer! Gedöns. Schön. Falsche Richtung erschossen! Da haben wir noch was Aufwendiges. Oh, nee. Ich habe doch nicht so geile Waffen! Ah okay. Das ist gut. Tag 3 Sonnentag an. Okay, hier passiert mal so gar nichts. Ich hab das gesehen, mein Herr. Barts, ins Gesicht geschossen. Okay, wo lang muss ich jetzt? Nach oben. Gut. Okay, also es ist kalt, so sieht's ja aus, weil es schneit und so. Stirb, ey, meine Fresse. Ich bin hier grad etwas verwirrt. So. Etwas verkehrtes. Ah, das ist bestimmt für die neue Waffe, die wir jetzt irgendwann kriegen. Ein ungewöhnliches Felsbruchstück, das vor der Katastrophe unbekannt war. Es krümmt sich bei der leichtesten Berührung, fühlt sich aber dennoch härter als Knochen an. Ich hab das schon mal vorgelesen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich schätze mal da geht's jetzt in den Mittag. Ui. Wie kommt man denn da runter? Falls man da überhaupt runterkommt. Aber hier gibt's gut Cash! Sätze, woman! Grill! Weiß jetzt nicht. Ah, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Dann geh ich erstmal hier lang. Oh, guck mal! Das ist ein Riesenteil. Und meine Mutter hat Eier gekocht. Weil das Ding fiebelt grad. Ups! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich schießen. Oh, das sieht schön aus. Kann man das kaputt machen? Ich hab sie im Sonnenaufgang. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Was?! Oh, guck mal, da ist der Splitter. Wenn ich den nehmen, geht's hier bestimmt voll die Party. Oh, woos! Jetzt hätte ich gern diesen ollen Stab. Kann ich den Hammer eigentlich werfen? Nee, schade. Toi, jetzt hab ich den ollen Stein nicht. Also den Splitter. Hätte ich das schaffen können? Okay. Dann... Dann... Drei Feinde mit einem einzig gut gezielten Intensivschuss. Fisch! Dann ändern wir das gerade mal. Nein, das war falsch. Da kommt die Blechmuskete hin. Und da kommt der Bogen hin. So. Nee. Ich benutze die Fähigkeiten nie. Oh, schnieder. Äh... Der Bogen. Pfeile können betäuben. Pfeile verursachen Rückstoß. Betäuben. Gut, gibt's hier unten noch irgendwas? Was? Judrik. Achso, ein Götze. Ach, zwei Götzen hätte ich kaufen können. Das ist immer... Musik! S-Sulten-Senke. Gibt's da ganz viel Sulz oder was? Die Ura haben ihren Angriff auf die Passion von diesen Außen... ...Posten... ...Eingeleitet. Dort muss sie ja sein. Weiter! Tau! Okay, da ist die neue Waffe. Immer. So, was ist das? Katastrophenkanone! Ups. Links hier. Okay. Oh. Gut. Ah, diese Dinger hier muss ich jetzt kaputt machen. Da kann ich nicht lang. Mann! I'm firing the laser off! Kann ich jetzt hier lang? Ja. Sehr nice. Bam! Tot. Gut. Nice! Sehr schön. Oh! A rake nut! A rake nut! Ich werde das niemals hinkriegen mit diesem komischen... ...Kanonen-Ding vernünftig zu schießen. Ich habe nicht gesagt, dass die Laserteile mehr abziehen. Ich habe nicht gesagt, dass die Laserteile mehr abziehen. Ich werde das nicht vom Schienen. Ich werde das nicht verstoßen sehen. Ich werde das nicht mit meinen Schiffen und nach dem Schiffen.